Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Dead by Daylight. Jetzt in einer frischen Runde. Ich bin total motiviert. Oh cool. Endlich mal eine Killerin, die einem auf meine Schocks lässt. Zwar unfreiwillig, aber macht sie. Ich sehe richtig gut aus. Ich sehe echt gut aus. Heute Killer mit Herz. Heute ist Killer mit Herz. Hast du dich schön angezogen als Killer? Ja. Oh wei. Oh stimmt, das hätte ich mal machen sollen. Habe ich was vergessen? Ne, du hattest die Nurse. Achso, die hatte gar nichts. Halloween. Ja, also hast du jetzt einen Fallensteller. Nee, das ist Halloween-Zoll. Lappen. Hä, wie soll ich die bitte den Fallensteller haben? Ich bin doch nicht bescheuert. Ja komm Pann, hör auf. Jetzt, jetzt kannst du schon aufhören. Das reicht schon Pann. Ist schon vorbei. Wie war es da? Ist schon vorbei. Hat die Pann wieder versucht zu lügen? Ja. Das hört man so, ey, das hört man so raus, ne? Das ist so krass. Nein. Das ist mal, das ist mal aufteilen. Das krass wäre jetzt, wenn sie wirklich nicht den Fallensteller hätte. Das wäre dann krass, ne? Dann wäre ich brav. What? Noch habe ich keine Falle gefunden. Ja, eben. Ich nämlich auch nicht. Und wenn sie den wirklich nicht hat, dann, dann muss ich sagen, Respekt. Respekt, Pann. Ja, ich glaube auch. Echt? Sie hat, ne, ne, ne. Sie hat nämlich den Fallensteller. Ja, natürlich hat sie den Fallensteller. Ja, ist der Fallensteller. Es ist der Fallensteller. Ja, ja. Wie soll es auch anders sein? Oh, für kurze Zeit habt ihr gedacht, ich kann lügen. Oh, das ist so schön gerade. Oh, mein Leben ist komplett. Das war aber irgendwie 0,1 Sekunden. Wer ist hier weggerannt? Oh, der Tobi ist schon wieder der erste. Hau ab, Tobi. Zaubern sie. Meine Maus ist kaputt gegangen. Meine Maus ist kaputt gegangen. Hä? Wo drücke ich drauf? Achso. Zaubern-Tobi. Ich habe gerade einfach so eine Down-Phase. Das Problem ist ja, sie hat ja ihre Aura an, ne? Oh nein. Natürlich hast du die Aura an. Nein! Echt, ohne Scheiß, ich schwöre. Du hast die Aura an. Nein, Mann, hab ich nicht. Doch, doch, hast du, du hast sie an. Ich hab die Aura nicht an. Oh nein, 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 okay, sie hat sie nicht an. Nein, nein, hat sie wirklich nicht an. Ja. Doch hab ich an. Du müsst mal gut zuhören. Nein, 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 du hast sie nicht an. Übst du schon mit dem Lügen, oder was? Nö, ich find das nur so lustig. Also, wenn du sie anhättest, wüsste ich das. Ich hab ein Kleid an. Vorhin schon. Jaaaa! Kann vorbeilaufen, kann doch nicht sein. Tobi! Tobi, was los? Ich freu mich noch, dass die Pan ein Killer ist, ne? Tobi, keine Sorge, du kannst alles in der nächsten Folge totzahlen. Wieso kriegst du immer das erst aus dem Maul, Tobi? Was ist Tobi? Es ist heute echt wieder wie verhext. Toll, dankeschön, das hat ein schlechtes Gewissen. Das Schicksal hasst dich, Tobi. Hey, ich hab einen Generator gemacht, Pan. Na geil, geil! Komm vorbei und schau's dir an. Back dir doch ein Ei, du Penner. Mist. Was? Curry! Aber super! Ja, danke, Erich! Nein, bitte kein Ei-Range backen, ja? Achso. Okay, Entschuldigung. Oh, jetzt ein Spiegel-Ei-Range. Oh, lecker. Boah, du bist so grausam, weißt du. Mit Salz-Range und Pfeffer-Range. Oh, bevor dein Ei-Range liegt, also so in der Pfanne, weißt du. Oh, Tobi, guck mal, was soll das? Du willst mich töten. Ja, toll, jetzt will ich dich echt töten, das weißt du ja nicht. Ich find, ich find's immer schön, weil ich schaffe es als Kinder immer, einen aus dem Weg zu gehen. Ja, das machst du gerade sehr gut. Ach, leck mich. Am Arsch! Vielleicht versuchst du ja zu überleben als Killer. Pan, Pan, entschärf mal deine Falle, ne? Ja, mach mal, Fenne. Ich hab deine Falle gefunden, Pan. Passt du am Ausgang auf, da stehen Fallen. Wieso läuft die denn nicht los, die Alte? Pan, was ist los, warum haust du mich? So, wo ist denn hier die Aura? Ah, ja, da ist die Aura. Du hast doch keine Aura. Hä, hast du die jetzt? Ja, bist du sicher? Ja, die hat doch das Perk an, sag ich doch. Dann warum seh ich dich dann? Nee, 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 hat sie nicht. Ah, scheiße. Warum seh ich dich dann? Kein Problem, ich seh ihn ja trotzdem. Boah, das ist so blöd, dass ich hier da unten rumlaufen kann. Tobi, Tobi, Tobi. Er ist tot, tot, tot. Bin ich also wieder der Erste? Ach, Pan, warum nur mit deinem komischen Elchkostüm? Wie sieht das aus? Ja, 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 ja. Ich hätt's mir gerne angeguckt, aber jetzt... Ja, warte. Guck mal, sieht das gut aus? Komisch, weil Pan bin ich immer der Erste, der hängt. Sieht das gut aus? Ich hab mein Leben gegeben in der Folge, um sie zu retten. Ach, leck mich. Um dich zu retten, hab ich mein Leben gegeben. Erinnerst du dich noch? Du hast dich bedankt. Ja, Tobi. Bedankt hast du dich. Sehr nett von mir. Und dann die Überraschung. Weißt du noch die Überraschung? Und dann noch der spezielle Tag? Was? Alles bedeutet dir nichts. Weißt du was? Jetzt hab ich kein Dead by Daylight mehr spielen. Toll, jetzt hab ich voll schlechte Gewissen, ey. Jetzt bedeutet dir alles gar nichts. Oh Gott, da kommt immer wieder mein A durch. Oh, verdammt. Schade. Schade. Ich sag auch immer, ey. Was ist nicht gut? Was soll das hier? Wer war das? Oh mein Gott. Was ist denn da los, meine Damen und Herren? Meine Damen und Herren, was waren da los? Wer ist das denn? Ist das der Tobi? Toll. Was war das gerade für eine Clownaktion? Was war das gerade? Ich dachte, weil wir noch drüber gesprochen hatten letztens, dass wir Falle aufstellen vor dem Der Hink nicht so geil ist und so, deswegen dachte ich wir machen das nicht mehr. Ja gut, das heißt ja nicht, dass sich jemand dran hält. Wann habt ihr das denn besprochen? Hopp, 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 hopp. Als wir im Stream waren. Aha. Hi. Hi. Komm, 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 komm. Ach du hast, du hast... Du hast... Okay, immer Prestige Stream waren und so, weißt du? Äh. Oh, geil. Oh, oh. Guck mal, ich reibe. Naja, ich reibe mich auch. Warum krieg ich hier den Curry? Oh. Ja, ich steh drauf. Oh, danke. Keine Sorge, ich schreif mal kurz ein, ne? Oh, schön ist das mit deinen Massagehändchen. Oh, danke schön. Schön war das. Oh man, wir kommen gar nicht gut voran gerade. Nee. Pan, du bist heute echt auf Zack. Nein, nicht wirklich. Doch. Oh, ich hab das tolle Perk. Ernsthaft? Perk. Das tolle Perk, der kann... Das heißt, das Perk, das heißt, das heißt, das heißt, ich glaub, ich kriege mich, weil ich... Lass dich da auf, Backe, aber... Ah, dann Platz. Das gibt's doch nicht. Erich. Er macht es einfach nicht. Er macht es nicht. Okay, wir müssen hier entscheiden. Dieser verfickte Ficker. Ich drücke er im Einzelnen, mach die Schreie. Weg und weg. Na, 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 na. Er macht nie die Falle. Hä? Was war das? Halt doch. Ah, du Schiss im Falle. Das ist eine Lade. Boah. Das ärgert nicht voll. Oh, Javi! Javi! Nein! Warum kann man jetzt keine Fallen mehr entschärfen, vorgefangen... Ja, Javi! Das ist echt scheiße. Das ist richtig scheiße. Der hat sich voll hart geporstet. Das ging doch früher so gut und jetzt geht's gar nicht mehr. Ne. Der will immer direkt den Typen runterholen. Ja, genau. Was total dämlich ist. Ja. Ja gut, wenn die Entwickler mehr draufstehen, dass man direkt... Dass man nicht direkt runterholt, ja gut. Bitte was? Ja, das ist doch wahr. Japan, wo bin ich denn, hm? Weg. Bist du weg? Weiß ich nicht. Frag doch einfach nochmal. Ich hör da jemanden. Wer programmiert denn auch sowas? Also ich versteh's einfach nicht. Boah, das regt mich echt auf. Ja, es ist auch scheiße. Das regt mich wirklich auf. Ich rege mich einfach auf, damit ich jetzt laut sprechen kann, denn... Es ist ja ganz egal, aus welchem Grund das vielleicht sein könnte. Es spielt auf jeden Fall nichts zur Sache. Tut es da nicht. Ja, diese Aufregung. Mann, verdammt. Ja, hau ich mal auf den Tisch. So, was ist denn los? Oh, komm, wo ist die... Wo kommt die denn schon wieder her? Das gibt es nicht, ne? Warum hast du eigentlich so eine komische Maske auf Pan? Scheiss-Pribbel-Aura, alter. Ich verstehe, ich verstehe, dass du mich abhängen wolltest, aber ich wollte dich einfach schlagen. Ja, ja. Macht nix. Ach, komm. Tschüss. Ach, weißt du was? Die Dinger müssen weg. Ne, die kannst du ruhig stehen, da sind Pan. Das ist nicht schlimm. Ich brauch die noch. Oh, Pandoria. Oh, Pandoria. Das sind geheime Codeworte. Oh, Pandoria. Oh, Pandoria. Oh, Pandoria. Oh, Pandoria. Keine Paaaaan So jetzt erstmal Ich brauche erstmal einen Kaffee Weißt du erstmal bei dem Tod von der Schippe gesprungen Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee Kann ich auch einen haben? Ich brauche erstmal so eine Joborientierung Wieso sind wir da oben? Ja das ist jetzt neu War als der Curry auf dem Baum geklettert? Ja ja ich bin da hochgeklettert Klar Curry setzt sich auch immer auf Bäume Ja ich sitze ja immer auf dir, stimmt Tobi Hä? Auf dem starken Ast Auf deinem, das hast du jetzt gesagt Ich könnte Hilfe gebrauchen Vielleicht so mal eben kurz eingeworfen Ja du wirst ja gerne mal ein Was denn, was denn für Wer ist denn hier? Okay Wer ist denn hier? Oh da habe ich es gesehen Wer ist denn hier? Wir brauchen immer noch zwei Generatoren Mann Das gibt's doch nicht Ja ich weiß auch nicht was los ist Ich bin doch keine Generatoren Ich bin doch keine Generatoren Ah! Na die hat mich grad ab Hier die hat mich grad total äh Abgelenkt Wer ist denn das denn? Da stand grad das die Elder Scrolls Online spielt Äh Elder Scrolls und dann habe ich mich total erschrocken Und deswegen habe ich jetzt äh Ja Oh mein Gott! Ja wohl so ist das Das hat dich erschrocken? Ja Ich dachte was? Wie kann die denn nur? Das geht doch nicht Scheiße Oh Elder Scrolls Online ist aber cool Nee Elder Scrolls nur nicht online Achso Elder Scrolls Online fand ich nicht so Hat glaube ich gespielt aber irgendwie Ach doch mittlerweile muss ich sagen Finde ich ganz cool Hat sich schön entwickelt tatsächlich Ja auch Ich habe am Anfang irgendwie wahrscheinlich nie den Drive gekriegt Achso Nein! Ah das ist ja schön Kann ich es machen? Ich glaube Ah jetzt Die kommt vom Haus aus Die kommt vom Haus aus Warum weißt du das? Weil ich immer ein Auge auf dich habe Cool! Was machst du denn hier? Hä? Ich habe keine Ahnung was das ist Hast du vielleicht einen Perk für die Fallen Dass man da kriecht? Äh Blutet ein bisschen stärker Du warst doch in der Falle Da kriecht man immer dann Ich bin tot Freunde War schön mit euch Nein! Doch ich bin tot Ich muss ja vorhin schon kämpfen Bei Prim bin ich immer der Erste Ich weiß nicht warum Das stimmt überhaupt gar nicht Es wundert mich nur dass sie mich heute nicht abgeschlachtet hat Kaltblütig Das wundert mich ein bisschen Oh ja ich sehe grad ich hab unten rechts Hab ich so einen Fallenperk Tobi rette mich Tobi Tobi rette mich Tobi Ich hab grad Probleme Tobi bitte rette mich Tobi Tobi Musst du? Ja Bitte rette mich Tobi Nahtor Tobi kann ich heute bei dir pennen? Ja Komm vorbei Ich kann also kein Dead by Daylight mehr mit den Spielen Das ist doch schade Das darf ich nie wieder Ich muss den jetzt immer verschonen Also das ist das vom Fälsch Das Spiel auf jeden Fall Ne 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 Ich sag es ja so dass du mich immer zuerst abschlachtest Warum? Was ist da los Pan? Immer Jede Runde Ich verstehe es nicht Tobi Vielleicht sollten wir einfach alle mal ein bisschen runter fahren Alle mal schlechter spielen Pan Pan stop Nein Neiiiin Jaaaa Boah ey Ey du bist gruselig Metal Du bist gruselig Pan Du bist echt zu gruselig Du brauchst doch jetzt auch keine Falle zwischen den Dinger stellen Alter was macht die denn? Wer ist diese Frau? Ja da ist Tobi drin Ja Vielleicht in Da sind Schuhe drin Oh guck nicht in den anderen Schrank Bitte nein 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 tu es nicht Tu es nicht Pan lass es Hör auf Okay gut Ey du siehst aus wie Crow mit der Maske Ich liebe diese Tage Oh Das ist zwei Beine in die Hose gegangen Was? Dein Keller ist woanders Pan Das wolltest du nicht ernsthaft tun Was du grad tun wolltest Ich hab jetzt weiter in meine Falle gelaufen Ja ja erst schöne Falle in den Eingang legen und dann reinlaufen Ey Was machst du da Pan? Wollte mal was gucken Hä? Scheiße ich dachte ich könnte den Curry da rein Warst du schon fertig gewiggelt? Kann ich sein Nein du hast mich irgendwie abge... ich war nicht fertig Schön du hast ihn abgelegt Ja ich wollte ihn in die Falle werfen Pan Pan Lebertran Was ist da denn los? Oh Pan Uria 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 Was ist denn mit der Pan los meine Damen und Herren? Was ist da geschehen in der letzten Folge? Welch eine Evolution die Stadt davon hat man glaubt es gar nicht Vielleicht so munkeln man hat sie allen nur vorgespielt Die schlechte Killerin zu sein und jetzt hat sie Geschmack daran gefunden Blut geleckt quasi Der lügt Hör auf zu kommentieren Oh Pan Uria Du kleine Killersau Unfassbar Curry am Haken Tobi noch immer auf freiem Fuß Meine Damen und Herren Was ist da los? Curry am Haken Curry nein warum tust du denn ihm? Warum tust du die ihm? Das war sorry Das war sorry Und die Pan legt schon wieder eine Falle vor den hängenden Oh ein Fellchen Oh das zeugt von schlechtem Stil meine Damen und Herren Das sieht man selten heutzutage bei Dead by Daylight Ich nutze meine Fallen Leck mich mal fett am Arsch Ein Fallchen vor der hängenden Wurst Ich wiederhole Ein Fallchen vor der hängenden Wurst Dem 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 Ich liebe Fallen Tobi mach den Generator weiter Mach den Generator weiter Weil du kommst eh nicht durch Ich komm nicht dran Das ist scheiße Ja du kommst eh nicht durch Es geht nicht mit der Falle Man kann auch nicht wenn man Max so macht oder so Hey ich konnte das vorhin auch machen Ach soo Das geht echt nicht mehr ne? Ne es geht nicht Also es geht Hey ich konnte das machen Hey guck mal hier ist der Tobi irgendwo Der Tobi ne durch da Hab ich ihn gesehen? Ich hab den Tobi gesehen Oh Tobi ne durch da Tobi Tobi Oh scheiße Tobi Tobi Hey Tobi man Wie geht's denn dir? Tobi Ja ich häng hier nur so ab Tobi 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 Warte jetzt mal ganz ehrlich unter uns fahren. Das ist das einfach ich. Nee, ich hab nix. Ich hab nix. Ohne Scheiß. Ich weiß selber nicht, was los ist. Dann war das krass. Dann war das sehr krass. Ah, hier. Ich sehe bei der Pandoria. Guck mal. Kann alle Überlebenden sehen und immer sofort töten. Wallhack. Installiert. Guck, wie nett ich aussehe. Nee, krass. Also Respekt, Pan. Das war echt cool. War eine gute Runde. Nicht für mich, aber... Wie schlecht wir heute als Überlegende sind, Alter. Ja, was ist los? Das ist ja voll krass. Jetzt nehme ich einen anderen Killer. Jetzt nehme ich einen anderen Killer. Ja! Ob weißt du, als ob. Weiter geht's. Ja, ja. Kannst du mal sauer, was du willst. Ja, ja. Der hat sich gar nichts gemerkt? Warte mal. Sag mal, Curry, was denn? Mit diesem Schlüssel, ne? Ja. Da kannst du ja rechte Maus, was du gedrückt halten. Und dann, was ist das? Konzentration, was heißt das? Echt? Echt? Ja, was heißt das? Kann ich bei mir gar nicht. Konzentration heißt, das, was du auf dem Schlüssel drauf hast, kannst du dann nutzen, solange. Ich glaube, du kannst damit sehen, wo die Klappe ist, oder so. Also, ungefähr. Also, bei mir ist Konzentration zum Beispiel, ich weiß gar nicht bei wem, habe ich auf dem Schlüssel die Konzentration, dass du den Killer sehen kannst in 32 Metern. Im Umkreis von 32 Metern. Alter, it's crack, hau doch ab, Mann. It's crack, Allah. Nein. Alter, was ist denn los jetzt? Alter, ist reich. It's crackier. Ich habe keine gute Laune mehr. Ja, it's cracky. Was ist da los, Junge? Du siehst doch, ich bin alle generaft, ich bin hierher rum. Wie geil ist das denn? Am besten noch Zwinker-Smiley. Geil. Ich schreibe jetzt einfach, geh raus, Mann. Ja, ich glaube, ich nehme das. Okay. Ey, ich warme auszuhüsten. Ja, was machen wir jetzt? Einer muss nett schreiben. So wie ich gerade. Und wir haben es leider nicht aufgenommen. Es war sehr nett. Puppi-Bahn. Also, Pahn-Bahn. Currywurst. Ne, was der Curry geschrieben hat. Heute der fröhliche Chat-Simulator. Hey. Ja. Ist ja so, ich habe nichts gemacht. Was? Mann. Boah, aber Grünkohl mit Bratwurst hätte ich jetzt Bock drauf, ey. Hat mal gestern. Voll lecker. Boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Mit so Mettenden. Boah, geil. Ja, nice. Boah. 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 Hier hat TTT gespielt, die kann leben. Wir müssen uns aufteilen. Boah. 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 Wir werden uns anpassen. Boah. 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 Du bist die Killerin, du musst doch entscheiden. Nö, ich entscheide hier. Ich bin bereit. Ja, dann machen wir den mit, komm ich war hier bereit. Opa, nehmt die Challenge-Time an. Jaa. Ich nehm's mit 1,4 auf. Challenge-Time. Challenge-Time. Ich bin Houdin, ach so, das ist Tobi, hat Hoden. Houdin bitte. Was stand da noch? Enttäusch uns nicht. Oh Mann. Oh was ist das? Oh, was ist das denn? Schwarze Abwehr, was? Nein, das ist nix, also das bringt nichts, ich wollte nur was Nielandes haben. Ach so, ach so. Ich will nicht in der privaten Runde. Boah, du Sau. Hä, war das irgendwas mit Addons, dass wir die verlieren, war das grad irgendwas? Ne, das war ne Opfergabe. Perk. Das war Perk, ist alles Perk. Alles Perk. Ja, aber da stand irgendwas mit, dass wir unsere Addons verlieren. Ja, aber da stand irgendwas mit am Ende der Runde. Hey! Wenn wir ein Kind kriegen, lass uns mal Perk nennen. Hä? Was? Rätst du jetzt mit Curry oder Tobi, oder? Nein. Tobi, wenn wir ein Kind kriegen, lass uns mal Perk nennen. Hey! Bin ich gut. Wenn wir ein Kind kriegen, lass uns das mal Brennen nennen. Was? Oder Krotus, Alter. Krotus, Essen ist fertig. Krotus. Ja, aber was machen wir jetzt mit Challenge Time? Das geht jetzt gar nicht, ne? Nee, Challenge Time geht es nicht mehr. Das müssen wir normal machen. Krotus. Ohhhh. Ernsthaft Pan, ernsthaft. Wen spielst du denn? Wen hat sie denn? Die Hexe da, die Nurse. Ach, wirklich? Der Pan spielt sich selber, die schreit ja immer so. Two me one. Achso, das war... Da hab ich mich wieder erwischt, wa? Oh, die Anschein sieht aber oben sehr cool aus übrigens. Da, wo die sich so auflöst. Ja, ne? Immer noch ein bisschen Zeit ziehen. Boah, wie schreit die denn? Klang wie ein neuer Winter Sound. So ein Fehlermeldung. Wui! 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 Boah. Die Raucherlunge, ey. Schweine im Weltraum. Achso, ich schreit aber fröhlich rum, ne? Alter, Pan, was machst du denn? Ich probiere, ich hab ein paar Teleportationen mehr. Teleportationen. Ich hab ein paar Tele-Tabby's mehr. Hast du jetzt die Fünfer-Teleportation? Mit der Nurse-Kai... Mit der Nurse-Kai nicht so gut. Scheiße, wieso können manche so gut mit der... Hast du jetzt die Fünfer-Teleportation? Warte mal, ich hab da jemanden drin gesehen. Nee, hast du nicht. Hast du nicht, Pan, hast du nicht. Nein, geh weg. Pan, geh bitte. Was war das denn jetzt? Pan, bitte. Bitte, nein, guck nicht in die Schränke. Nein, lass es. Pan. Wo ist der hingelaufen? Ich kündige jetzt, mir reicht's. Also ich hab jetzt was geschafft. Ich glaube, ich bin übernervös. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Oder hyperaktiv. Fahr mal los. Pan. Fahr mal los. Ey, Thomas. Thomas. Thomas, Thomas. Fahr mal los. Pan, also bisher ist ruhig, ne, Pan? Ja, schon. Ja. Was machst denn du da? Achso. Was ist denn los mit dir? Ich bin aggressiv. Ich hab meine Nurse-Tage. Ich seh keinen. Ich hab am Anfang den mit dem Roten gesehen hier. Den Zuschauer da. Ey, Zuschauer-Chan. It's Grotus. Oh, Tobi. Ach man, Pan, bitte. Schön. Sehr gut. Wer war das? Bestimmt Grotus. Äh, Crack. It's Crack. Entschuldigung. Grotus. Tobi! Oder so ein Grotus. Hört sich an wie... Wie... Hört sich aus wie so eine... Wie so eine... Wie so eine... Entündete Eiterbeule einfach. Wie ist denn... Wie ist denn... Ich weiß es doch nicht wahr. Der Crotus... Tobi! Du kannst es doch zaubern. Wir wissen es doch alle. Tobi, der mächtige Hengst. Crotus ist übrigens auch der Heimatplanet von Superman. Das wissen viele nicht. Crotus. Lötus. 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 Lötus hat die Klötenwund. Dr. Lötus hat die Klötenwund. Ey, es ist gut, dass wir gerade so produktiv sind, Leute. Das gefällt mir mega. Tobi, pass ein bisschen auf. Ich hör den. Oh, Mann, Pan! Hey, was ist das denn da unten? Tobi, du kleiner Pupser! Was ist das? Hey, was hat der da? Der Crotus, der hat irgendwie nen Perk. Irgendwas hat der. Hä? Was war das denn jetzt? Hey, was war das? Wieso sind sie dich hinter die Wand teleportiert? Ich habe mich nicht teleportiert! Ich habe mich nicht teleportiert! Ich ziehe spontan um. Nee, du bist hinter die Wand geflogen bei mir. Aber ich habe mich gar nicht teleportiert. Harte, warte, 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 geht ab hier. Ein Generator nur noch. Der Crotus hat mir gerade geholfen. Das ist sehr nett gewesen. Cool. Wow! Ah! Was machst du denn da, Pan? Ja, guck mal, das mit der Nurse, das ist echt nicht so meins. Hui! So, wo ist er denn? Hui! Warte mal, da ist er. Nein, was ist er? Tobi! Tobi! Tobi, du musst zaubern, Tobi! Du dreckiger. Boah, ich muss dich... Du hast es echt gut gemacht, aber... Ich bin gerade ein bisschen sauer. Ich hatte Glück, dass du daneben gehauen hast. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wieso bist du denn nur hinter mir hier? Oh mein Gott! Fertig mit den Generatoren. Ich weiß. Pan. Er ist halt auch zu viert, weil es ist total unfair. Wir haben dich gefragt. Wir haben dich gefragt. Damit kannst du nicht kommen. Hätte ich, hätte ich nein gesagt, wäre ich der Arsch gewesen. Was machst du denn da, Pan? Ich fühle mich an, das ist ja ganz, sehr unfair. Wie sie da rumfliegt. Hui! Boah, ich hände mir gerade ein bisschen in die Hose geschissen. Ich bin die Nurse. Ich komme und helfe. Kri, Kri, Kri. Was machst du? Ach, Pan. Ach, ja. Ey, Juman. Juman, was geht denn da? Ey, Juhu, ey, guck mal da vorne, da, wo du gerade hinläufst. Da ist gerade, äh, links. Äh, ist klar, da geh ich da nicht hin, oder? Nee, nee, geh mal lieber nicht hin. Oh, check mal, check mal aus hier. Check mal aus. Guck mal, da hinten ist auch jemand. Da. Hey, Krotus. Hey, Krotus, wie geht's, Alter? Oh. Oh, ich glaube, ich glaube, wir wurden gesehen. Offenbar nicht. Tschüss. Hey, Pan, hey, was, was, Pan? Was? Ja, ich habe mich dann auch gerade gefragt. Nee, den, den Curry habe ich zu spät gesehen. Ich wollte nicht. Was, was, was machst du? Pan, du weißt, dass du dich dadurch teleportieren kannst, ne? Ja, aber ich, ich bin da mit der Teleportation nicht so. Wirst du, ah, ich kann, ich kriege das nicht hin. Ich, ich, ich spiele die Nurse zu selten. Oh, scheiße. Oh, stimmt, hast recht. Ja, ich dachte, warum nicht? Ja, ja, ne, bin ich voll bei dir. Tobi, nein, Tobi, du bewegst deinen Arsch wieder dahin. Tobi. Tobi. Tobi, komm jetzt her. Was ist mit Tobi? Tobi, ah, ah, verstehe, Tobi, Tobi. Tobi, mein geiler Bock. Tick, Tick und Tobi, kennst du die? Komm, Tobi, komm. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, nein, doch. Oh, ich kann mit den Nurse nicht umgehen. Mann! Dabei war die doch mal so overpowered, ey. Ich dachte, das wäre was für mich vielleicht. Mit der muss man auch gut spielen, also, der muss auch echt spielen können. So wie der Tobi. Nee, aber abends konnte ja irgendwie jeder gut mit der... Oh, warte mal, da ist was drin. Thomas, ich habe dich gesehen, Mann. Nein, erinnerst du mich. Doch. Tobi? Halt mich, Tobi, halt mich! Hau mich fest, ey! Okay, jetzt geht's wieder. Wie man unten, Emmel? Hä? Ja? Was ist los? Ich habe hier die Dinger gesehen, die Spur, wo... Tobi ist frei. Dankeschön, dass ihr meine erste Runde gerade total kaputt macht, ey. Was? Was? Was denn? Nein, wo bist du? Ich habe da vorne... Ich bin der Spurgeleitung, weil ich doch nie jemanden sehe. Hey, Karim, Mann. Ja, hier wird... Hä? Oh, sorry, ey. Jetzt habe ich verkackt. Ich würde es noch auffälliger machen, promote das noch ein bisschen. Ich habe das wirklich nicht extra gemacht. Warte mal, ich will mal... Ah, scheiß so. Guck, guck. Ich schaffe es noch, ich schaffe es noch. Der Ausgangsexpress. Ein Weihnachtswunder. Ah, shit. Wo ist er denn? Hinaus in die Freiheit. Vorsicht bei der Abfahrt. Ich bin wieder die Nerds, die ist voll doof. Hinaus in die Freiheit. Hey, Thomas, kommt mit mir mit. Hey. Freisein und auch alle dabei sein. Hölle, 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 Hölle. Guck mal, letzte Runde folgst heute und jetzt so... Ja. Hey, Pan. Ja, du alter Quoter. Hey, Pan. Ja. Äh, Tobi? Tobi, wie sieht es aus? Hm. Gut. Glaube ich. Ach, ihr alt, nee. Hey, Pan, Thomas, Thomas, Pan, Thomas. Ich muss leider fliegen. Ich wünsche dir jetzt einen Perk ab, mit dem ich jemanden sofort töten kann. Ich wünsche dir jetzt einen Perk ab. Ja. Ach, Curry. Ein, ein, einmal mit dabei sein. Ah, scheiße. Okay. Okay, Tobi, jetzt liegt es an dir, ne? Allergeile Frise, Tobi. Wie sieht es aus? Oh, guck mal. Geile Frise, Mann. Schönes Gesicht, Tobi. Schick ist auf Darm-Touro auch. Geil. Das ist... Modisch on top. Da ist Tobi, ne? Wo ist denn Crack-Man? Warte mal, wo ist denn Crack-Man? Da, 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 da. Oh, da ist er. Was hat der denn alles? Oh, guck mal, der kann fliegen. Wo ist denn der? Da, hier. Der läuft gerade zum Ausgang, glaube ich. Oder? Alter, was ist das denn hier? I still have a dream als Birk, oder was? Und Flügel. Oh, ja, da ist er. Er schafft es. Nein! Oh. Jetzt geht er. Er wollte sich doch nur von Paaren schlagen lassen. Ah, Tobi! Was denn? Soll ich rausgehen? Challenge, 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 Challenge. Challenge, 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 Challenge. Challenge, 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 Challenge. Challenge, Challenge, Challenge. Challenge, Challenge, Challenge. Tobi! Ey, was hab ich denn jetzt? Was ist das? Ich hab einmal Haki nebengeschlagen. Du wärst ein Opfer gewesen. Ich hätte es mir selber auch so hart gegönnt. Was? Ich glaube, du kriegst eine Chance. Ja, kann man mal machen, gell? Ja, das ist schön. Also der Panik geht es gerade echt gut, so wie man ihn hört. Ja, ich glaube auch. Es war so schön, gerade die erste Runde war so schön. Boah, zum Glück haben wir noch eine Packung Papi. Da freu ich mich nachher drauf. Boah, geil. Wie, wir haben keine Packung Bounty. Moment mal, was? Ja, wie ist das? Was? Nein, wir haben keine Packung Bounty. Du hast mich... Nein. Nein, Tobi, nein. Oh, die Süßigkeit macht man aber eigentlich keine Späße, ne? Ich hätte jetzt so gern Bounty. Ein einziges Bounty nur. Aber so zwei Meter Durchmesser, ne? Ja, geil. Da lege ich mich rein. Der Konk ist gerade ein... Kannst mich auch die Reale bringen damit. Ist mir egal. Bounty Hunter. Ist denn diese scheiß Luke? Ich suche die schon seit der Folge, seitdem die angefangen hat. Die Runde suche ich die scheiße. Ich weiß, du hast ja keinen Generator gemacht. Du suchst ja nur die Luke. Ne, einen Generator habe ich gemacht. Ja gut, nebenbei. Kurz zum Vorbeilaufen. Bäm. Mit deinen Harry Potter-Künsten. Ich meine auch immer, dass ich sie hören würde, aber ich finde sie nicht. Das ist immer die Wende, ne? Ich sage dir Bescheid, Tobi. Aber in diesem Ding da, in diesem Haus quasi, da hört man die auch irgendwie. Und das sind ja nicht die Wende, oder? Ja, da ist sie nicht, Tobi. Da ist sie nicht. Scheiße. Scheiße. Du meinst schon wieder. Ich höre es schon wieder, siehst du. Das ist der Mundgeruch, Luke. Super. Das ist ja nicht so. Das hätte ich eigentlich austauschen bei der Luke. Boah, gegen so ein voll lautes. Das wäre natürlich ein fieses Cheaten eigentlich, oder? Ich glaube, die Pan sucht auch die Luke. Die Pan sucht bestimmt auch die Luke, oder? Die Pan sucht die Luke, oder? Oder die weiß, wo die Luke ist. Oh, ich glaube, sie weiß, wo die Luke ist, oder? Vielleicht weißt du ja, wo die Luke ist, Pan, hm? Weißt du das, Pan? Pan, warum sagst du nichts mehr? Geh mal, geh mal schüchtern nach rechts, Tobi. Pan? Guck dir das mal an. Weiß sie, wo die Luke ist, hm? Sie weiß, wo die Luke ist. Oh, ja, 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 ja. Ja, sie weiß, wo die Luke ist. Die Pan weiß es. Schön. Aber zum Glück wissen wir es nicht. Hey, Tobi, Vorsicht. Es wäre jetzt voll lustig gewesen, wenn die Pan jetzt wirklich gedacht hätte, wir hätten sie gerade gesehen oder beobachtet. Das fände ich auch gut. Es wäre lustig gewesen. Waren wir so gerade irgendwo stehen geblieben, Pan? Sie sagt doch gar nichts mehr. Seitdem wir das machen, sagt sie doch gar nichts mehr. Sie ist doch gerade bestimmt nicht irgendwo stehen geblieben, oder? Ich habe da hinten gerade den Köln, ich habe da hinten gerade den Tobi gesehen, Mensch. Die hat es 100 pro geglaubt. Ich habe den Tobi gerade da hinten gesehen, die Union. Nein, hast du nicht, Tobi, hast du nicht. Hast du nicht. Jetzt will sie nämlich zurück lügen, weißt du? Pan, wo bist du denn? Oh, Pan, du ja. Pan, du kannst das ruhig sagen. Rekt, Tobi, rekt. Pan, 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 pan. Die Sache ist halt, warte mal. Ja, was denn? Rekt. Rekt. Wo ist die Frau? Rekt, Tobi, rekt. Ja, ja, Tobi, rekt. Ja, ja, Tobi, rekt. Tobi. Hey, Pan, hast du die Luke im Foto, oder was da? Ja, oder was da? Ach komm. Ich weiß nicht, 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 du bist so traurig, Pan. Ah, du Arsch. Nein. Also ist da die Luke gefahren, sag doch mal. Ja, da ist sie, da ist sie, Luke. Ich komm ja eh nicht hin. Hey, doch, du darfst doch einmal geltet werden, Tobi, geh da hin zum Felsen da. Ja, aber sie kann mich doch rausziehen, das ist ja. Ja, weißt du, warum ich warte? Hey, sie schlägt sich einmal und dann kannst du direkt hinrennen, Tobi. Renn da drauf zu. Sie schlägt sich, da muss sie doch eh ihre Klinge putzen, Tobi. Ja, ich seh sie ja noch nicht mal die Luke, das ist das Problem. Hey, willst du mich gerade verarschen, Tobi? Links. Jetzt rechts. Jetzt wieder links. Sie ist gerade aus. Da, genau, da ist sie. Da muss ich stehen, oder was? Guck mal, mit dem Köpfchen, wie sie da runter guckt. Oh, ist echt voll traurig. Ja, jetzt darfst du da natürlich nicht hingehen, Tobi, ne? Weil dann hast du verloren. Guck mal, geh da rein. Ja, ich fall gleich runter. Ich komm doch mal zu dir. Jetzt musst du hin, Tobi. Jetzt musst du hin. Jawoll. Alter, Tobi, nice. Tobi, geht's move. Ja, ja, nicht wirklich. Challenge teilbestanden. Ich hätte auch schon nix im Ausgang gehen können. Ich war ja schon da. Erhöht die Geschwindigkeit der anderen. Das war meine Angst. Das war meine Angst gerade. Ne, aber mit der Nurse absolut nicht. Ja, macht ja nichts, ne? Deck mich. Nein, Spaß. Sonst macht Playmassive mein YouTube-Kanal dicht. Hilf mir. Hilfe. Ah, ja, 40. Ihr seid so bescheuer, ey. Abli, warte. So, ey, von den Punkten her habe ich ja mal gewonnen. So, fertig. Was? Das zählt ab jetzt nur Punkte 10. Bei mir nicht, von den Punkten her? Bei mir ist nur 6.000. Bei mir auch. Was? Ich habe bei mir 24.830. Ja, Panik. Oh, dein Träumen. Ja, das klingt ja realistisch. Das klingt mega realistisch. Hat sie ja vergessen, die Hacks auszuschalten. Oder ein Kill, 24.000 Punkte, klar. Aha, dann geh doch mal, guck doch mal, guck mein Video an auf mein Channel. Äh, Pandoria eingeben. Äh, und dann kannst du mal sehen, ich glaube gar nicht. Oh. Wenn ich Pandoria eingeben, kommt bei mir immer GZ-Reviews. Was? Yo, schau dir die GZ-Reviews. Ey, ich gucke mal. Sehr cool. Oh. Ich hab bei allen eine Chance. Oh, Chance, Lisi. Eine Chance, ey. Chance. Was? Michael, Chance. Kennt er den? Oh, Gott. Ja, was ist denn jetzt hier? Tobi, oder was? Was ist denn? Tobi. Tobi muss jetzt. Was denn? Ach ja, du bist ja jetzt Killer. Ja, du bist jetzt Killer. Endlich mal wieder einen richtig guten Killer. Wurde auch mal Zeit. Nein, Pan hat ja auch eine gute Runde gespielt, ne? Ich kann aber nicht böse sein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, ich kann aber nicht böse sein. Was, was, was wolltest du? Was? Oh, jetzt habe ich auch meine Kamera. Panela. Was solltest du vorher schreiben? Nein, ist egal. Ist egal. Ist egal. Wollte ich schreiben, dass ich... Ja, 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 ich war schon besser. Ja, 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 ja. Ist egal. Komm jetzt. Tobi's Runde. Los geht's. Ich bin zufrieden. Ich will nicht mehr. Bitte, was hat denn... Warte mal, was hat er denn? Anführer. Ach, cool. Ich kann gar nicht mehr tippen. Ach, du Scheiße. Guck mal, was er für geile Perks hat. Wer denn? Hier, die beiden Lina nennen. Ähm, it's Crack. Hast du das noch nicht gesehen? Oh, das geht das. Oh, auch schön. Bye. Auch schön. Bye. Bye. Tschö, Tobi. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschau, Tobi. Tschüss. Ohne Öl. So, sollen wir auch die Folgen binden? Ja, machen wir jetzt. Tschüss. Ja. Ciao, ne? Ja, tschüss. Oh, rein. Tschüss. Ja, ist vorbei. Ja, ist vorbei. Ja, ist vorbei. Ja, ist vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020